Frieden schaffen so schnell wie möglich, sagen die Plakate und Flaggen der Demonstranten. Ein Appell, den Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auf der Bühne vor allem an die Bundesregierung richten. Allerdings sieht der Frieden, den sie wollen, anders aus als der, den die deutsche Regierung will. Ich finde es wirklich verbrecherisch, der Ukraine einzureden, sie könne Russland besiegen. Die Ukraine, sie kann nicht Russland in die Knie zwingen. Mit jedem Tag, an dem dieser Krieg verlängert wird und mit jeder tödlichen Waffe, die wir da weiter zusätzlich in dieses Pulverfass liefern, wächst die Gefahr für einen großen Krieg in ganz Europa und womöglich in der ganzen Welt. Genau diese Angst ist es, die viele der mehr als 10.000 Menschen hier ans Brandenburger Tor gezogen hat. Die Angst davor, dass der Krieg hier in Deutschland ankommen könnte. Ich habe Angst, dass hier ein Krieg ausbricht, der uns mit vereinnahmt. Wir leiden, indem die Preise hochgehen, wir leiden, indem die Energiekosten steigen und steigen. Ich bin dafür, Frieden schaffen ohne Waffen, das war ich immer so und das darf nie wieder passieren. Sie ist extra aus Dortmund gekommen heute. Viele Menschen hier sagen uns, sie wollen einfach nur Frieden, glauben, dass der Westen jetzt den ersten Schritt gehen muss. Und dann treffen wir aber auch diese hier. Putin-Fans, Verschwörungstheoretiker, diejenigen, die den Westen als Feindbild haben. Wenn beide schießen, führen beide Krieg, der eine und der andere. Und wer hat angefangen? Ja, das wollt ihr gerne wissen, ne? Wer hat denn den provoziert, fragen wir den mal so, ne? Ich bin kein Fan von Putin, aber ich kann ihn verstehen irgendwo. Warum? Fänden Sie es toll, wenn Sie an Ihrer Grenze Biolabore hätten und die Ihre Mitbürger bedrohen? Wer ist aus Ihrer Sicht schuld an dem Krieg, den wir gerade erleben? Müssen wir das wirklich sagen? Sagen Sie es mir. Na, die Amis. Wie viele Kriege haben die denn schon gemacht? Wohl, der Kehner gesagt hat, dass das irgendwie Kriegsverbrecher sind. Aber jetzt gerade hat doch der Herr Putin die Ukraine angegriffen. Oh, das ist ein riesengroßer Quatsch. Aus welchem Spektrum kommen Menschen, die so etwas sagen? Die Polizei sagt, einige von ihnen sind von den politischen Rändern. Es gab auch Mobilisierungen in Richtung von verschwörungsideologisch geprägten Menschen, von Corona-Maßnahmenkritikern, die hier eben auch ihre Botschaft auf die Straße tragen wollten. Nach der Demo müssen die Teilnehmer vorbei an Gegendemonstranten. An denjenigen, die mit der Art Frieden, die auf der Wagenknecht-Schwarzer-Demo gefordert wird, so gar nicht einverstanden sind. Schande! 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 Eine Szene, die zeigt, wie weit zwei Gruppen, die beide Frieden fordern, auseinander liegen können. Tja, wirklich eine interessante Mischung da in Berlin. Auch bei uns im Westen gibt es heute Demos für Frieden in Düsseldorf, Köln und Bonn. Und die Leute machen da mehr oder weniger bewusst wirklich ihr eigenes Ding und sind eben nicht nach Berlin. Wir gucken nach Bonn. Hier hat die Deutsche Friedensgesellschaft aufgerufen zur Demonstration. Und so etwa 400 Leute sind tatsächlich auch gekommen. Auf der Bühne war Gott Käßmann, die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Auch sie hatte das Manifest für den Frieden von Wagenknecht und Schwarzer unterzeichnet. Vor der Kundgebung in Berlin hat sie kritisiert, dass es da keine Abgrenzung gebe zu Rechtsradikalen und AfD-Mitgliedern. Deshalb sei sie heute lieber nach Bonn gekommen. Weiterhin finde ich wichtig, dass wir diese Debatte führen, weil im öffentlichen Diskurs nur noch über Waffen, Waffengattungen, Waffenlieferungen, Waffensysteme, erst Verteidigungspanzer, dann Angriffspanzer, jetzt vielleicht Jagdbomber diskutiert wurde und gar nicht mehr, muss es nicht diese alternative Waffenstillstand aufhören mit dem ständigen Liefern von Waffen, Waffenstillstand und dann Verhandlungen für einen Frieden gehen. Tja, und was da heute alles gefordert wird, das bespreche ich jetzt mit Catherine Klübe-Ashbrook. Sie ist deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin, Fachfrau für Internationales und tief im Thema. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend nach Köln. Ich grüße Sie. Das klingt doch erst mal gut, was wir da gerade gehört haben von Frau Käßmann. Wir müssen jetzt mal verhandeln über Frieden, oder? Naja, Frieden wollen wir alle. Sie haben es in der Anmoderation gesagt. Aber es geht ja darum, welchen Frieden wollen wir denn verhandeln und aushandeln. Und wir sehen an Wladimir Putin, der an Friedensgesprächen oder auch an einem Waffenstillstand überhaupt kein Interesse hat. Das hat er uns seit 2014 auch in den Minsker Verhandlungen, wir denken daran, dass wir es ja öfter schon probiert haben, Wladimir Putin aus der Ukraine quasi auch diplomatisch rauszuholen. Das hat er damals auch nicht signalisiert. Umgekehrt hat Herr Zelensky, der Präsident der Ukraine, der sehr wohl das größte Interesse an Frieden hat, einen 10-Punkte-Friedensplan. Und die Russen, die halten sich nicht an internationales Gesetz, aber die Ukrainer, die halten sich an Artikel 51 der UN-Charter, denn sie machen von ihrer eigenen Selbstverteidigung Gebrauch. Das heißt, nochmal, die Fronten in diesem Krieg müssen ganz, ganz klar sein, wenn man Frieden verlangt. Dann zitiere ich jetzt nochmal Frau Wagenknecht, die gesagt hat, wenn wir schwere Waffen liefern, verlängern wir nur den Krieg. Und die Gefahr steigt, dass wir Krieg in ganz Europa bekommen. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist leider umgekehrt der Fall, denn es ist ein Zynismus, wie wir jetzt eben gehört haben, die Zitate von Alice Schwarzer. Was soll die Ukraine machen? Soll sie sich überrennen lassen? Das ist zynisch gegenüber den 8000 Menschen, die die Ukraine verloren hat, gegen den über 130.000 oder 13 Millionen Vertriebenen. Das ist einfach zynisch. Was soll die Ukraine über sich noch ergehen lassen? Umgekehrt sollten wir der Ukraine und zwar schnell zu dieser Selbstverteidigung helfen, das zu ermöglichen. Denn das, was die Ukraine möchte, ist eigentlich ganz deutlich. Sie wollen ein souveränes Territorium zurückhaben. Sie wollen Kontrolle über ihr eigenes Land und sie wollen ihre Demokratie erhalten. Und in diesen Ansinnen sollten wir die Demokratien dieser Welt, die Ukraine unterstützen. Die Frage ist, und das haben wir wieder gesehen, wie der Westen mit welchen Waffensystemen umgeht, wie sie die sequenzieren. Das machen die westlichen Regierungen gerade noch sehr, sehr vorsichtig. Denn sie haben immer im Blick, was noch auf der Eskalationsschiene eines Wladimir Putin stehen könnte. Ja, wir müssten uns, glaube ich, nicht unterhalten über diese Leute, die wir gerade gesehen haben, die sagen Putin gleich Frieden, also diese Putin-Versteher. Aber was sagen Sie Demonstranten, die sagen, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, ich will wieder billiges Gas und günstige Lebensmittel? Das wird es in dem Rahmen nicht mehr geben. Die Bundesregierung hat auch ganz klar gesagt, wir haben uns viel zu lange von Russland abhängig gemacht. Wollten die Botschaften, die Wladimir Putin schon 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz und in den Kriegen gegen die Tschetschenen und gegen Georgien immer wieder in die Welt vertönt hat. Nämlich, dass er ein Imperialist ist, ein Neo-Imperialist, ein Großrussland aufbauen wollte. Das wollten wir nicht hören. Und da haben wir entsprechende Fehler gemacht. Wenn wir jetzt wieder hingehen und quasi die Gas- und Ölhähne wieder aufdrehen würden, dann würden wir Wladimir Putin und seine Kriegsmaschinerie in dem Sinne bestätigen. Und wir würden anderen autoritären Staaten, China zum Beispiel, das Signal senden, dass es möglich ist, gegen internationales Recht, gegen Völkerrecht zu verstoßen, Territorien aufzunehmen und anzunehmen, zu annektieren, Menschen zu degradieren, dass das alles möglich sein kann in dieser Weltordnung. Und das kann, das darf nicht sein. Und deswegen müssen wir überlegen, wie wir anders unsere Wirtschaft stabilisieren und uns dort anders aufstellen. Und das macht die Bundesregierung im Verbund mit anderen westlichen Ländern. Es ist leider kompliziert. Dankeschön. Die Fachfrau für internationale Beziehungen, Catherine Klüwe-Eschburg. Danke nach Berlin. Sehr gerne.